So doda, hi Leute, da sind wir wieder zu Dustin in Elysium Tale. Heute geht's wieder weiter. Mit ein paar kleinen Metzleinler. Au! Ja, nämlich werden wir heute gemetzelt. So, nicht mit mir. So, und ich hab rausgefunden, wie man heilt. Hey! So. Da hab ich jetzt nochmal ein bisschen durchgeführt. Um es mal wieder drauf zu kommen. BAM! So. So. Blödes Blobviech. So, aber wir hauen hier einfach erst mal die Viecher platzend und schlagen uns weiter durch das Wäldchen hier. Wo wir wahrscheinlich in nicht allzu langer, in allzu großer Ferne auch mal einen Boss-Fight wieder haben dürfen. Mal gucken. Vielleicht lernen wir auch einen neuen Skill, dass wir endlich durch diese kleinen Dinger durch können. BAM! Hey! Geh mir das Geld! Huch! Alter, wie cool ist das denn? BAM! Durch Gegenwürfeln, äh, würfeln. Ja genau, wir würfeln durch die Gegend. Sack! Und, äh, beim Würfeln natürlich, äh, kommen dann Gegner. Wie unlogisch ist das denn? So, hey, schon wieder ein Speicherpunkt. Ja. Huch! Wir haben ja an der Decke den Kopf gestoßen, aua! Ich hab Migräne. Leckeres Dörtchen haben wir gefunden. Nom nom nom. Hab ich auch mal wieder Bock drauf. Aber irgendwie so ein bisschen Kuh. Und alles explodiert. Ich weiß nicht mal, wo ich hier überall gerade lang vorbeigeflogen bin. Ich hüpfe einfach mal wieder runter. Weil ich's kann. Ich geh den regulären Weg. Autsch! Was war das? Fidget? Ist irgendwas falsch? Ich bin voll gemein, aber ich find's gut. Er ist voll der Arsch und macht sich nur drüber lustig. Huch. Okay. Oh! Wie komme ich hier hoch schon wieder? So, Mistfächer. Da ist ja noch einer. Autsch. Ich habe mich absichtlich treffen lassen. Ja. Ich denke, es klingt mit der Zeit wieder ab. Ah, jetzt. Mit der Zeit ist jetzt vorbei. Bam! So. Aber wir hüpfen hier mal wieder runter. Und gehen hier mal durch. Denn angeblich sollen wir hier vielleicht auch noch was finden können. So, da brauchen wir eine Bombenfrucht. Habe ich hier doch irgendwo eine gesehen gehabt? Ah, hier. Nee, das hat gar keinen Timer. Das ist ja geil. So, da haben wir wieder einen Wandtool gefunden. Und der Kommunikator. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Nein. Haley, ist das du? Woher du Sonntest wouldnststst? Wut man aus dem END? Woher du irgendwo? Woher du Prepostetst? Wut sind die Grauen? Was für Autos? Mit Maddie. Ich sehe, dass du mein Vater verletzt hast. Ja, und es funktioniert. Das ist großartig! Jetzt, wenn du ein Item brauchst, kannst du es direkt aus deinem Inventor machen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht, dass du dich aufzunehmen, um mich in person zu besuchen. Aber zumindest kann ich dich aufhören und dir helfen, wenn du mich brauchst. Natürlich, Hayley. Ich mag wirklich die Hilfe. Ja, Fidget hatte das Ganze komplett sofort durchschaut. So, schauen wir mal, wie das funktioniert. Hier, direkt schmieden. Das würde ich jetzt gleich mal gucken. Ähm, Materialien. Nein, irgendwie nicht. Inventar. Mission. Ich möchte gerne etwas schmieden. Ah, hier. So, das kann ich dann einfach mit dem Plan direkt machen. Ah, ich verstehe. Achso, ich habe zwei Ringslots. Das ist irgendwie auch logisch. Wir haben ja auch mehr als eine Hand. Was ist das? So, das ist einfach nur in die Tasche reingucken. Da habe ich einen Plan für. Aber da fehlt mir noch so ein komischer Blitzstein. Achso, stimmt. Das Ding hatten wir hergestellt. Boah. 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 So, danke. Jetzt weiß ich, wie der aussieht. So. Jetzt sind wir auch offiziell hier hochgekommen. Nicht so inoffiziell, wie ich es sonst immer mache. Ja, das ist so ein bisschen... So. Scheiß Golem Viech. Du kannst mir gar nichts. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und wo dein Bett schläft, man. So. Die Jungs sind aber eigentlich alle noch relativ schön. Ach, vergleich zu mir. Na gut, ich habe auch irgendwie... Habe ich einen? Hey, ich habe sogar einen Schlüssel. Wo habe ich den denn her? Wen habe ich da denn für geschissen? Ein warme Brezel. Eine weiche und leicht gesalzene Brezel. Und eine tödliche Leckerei. Das ist ja auch noch viel cooler. Sieht weit besser aus, als sie schmeckt. Das Schlimme. Sieht ziemlich übel aus. Na gut, das ist aber was für unsere kleine Fidget. Hey. Ah, und da waren Schüsse drin. Das ist gut. 444er Crit. Das ist genau Bescheid. Oh ja. Der Damage herkommt. Oh, was haben wir hier? Eine Berglage. Zu was? Vielleicht. Wir werden sehen. Das sind ja jetzt wirklich keine starken Monster. Warum kommen die darauf nicht klar? Gut, ich meine, ich habe ein heiliges Schwert und so. Klar. Was ich meine, ne? Da oben ist wieder... Einmal... Eine Notiz für Schätze. So, die Klippe. Die Worte sind nur schwer verständlich, aber es scheint zu sagen... Es scheint zu sagen? Reise hoch in den Norden. Weit weg von diesem Ort. Warte auf den höchsten Gipfel der Schwarzmauberge. Auf die Seele, die einen roten Kristall bringt. Alles klar. I am here to serve. Ja, diesmal funzt es auch so wie es soll. Heißer Kakao. Haben wir Marshmallows da? Kimbap. Ja, aber... Entscheidend gibt es hier keine Marshmallows. Ich kann so nicht arbeiten. Schauen wir mal, was haben wir? Da haben wir einen drinnen gerade. Die sind teuer. Hm. Die sind noch teurer. Schauen wir mal, können wir noch... Irgendwo haben wir wieder was neues gefunden zum Verkaufen. Hier, also komm. Zack. So. Ja, ich weiß, dass du gerne mit mir handelst. Das machen alle. Huch. So. Du bleibst hier, Geldsack. Okay. Komm hierher! So. Nein. Okay. Das geht nicht. Speichepunkt! Hahaha. Boom! Das macht Spaß. Zack! Noch, wenn man ein bisschen Spaß haben will. Sieht mit euch aus. Huiiii! Ich kann fliegen! Ich kann fliegen! Ungefähr soooo! Das ist, das ist absolut episch. Aber wie man halt auch immer höher steigt dadurch. So. Das Gefühl hier dann gehts weiter. Aber ich hab jetzt noch mal einen anderen Plan. Hab ich noch da oben gesehen. Huch! Oh, ich hab mich grad das erste Mal mit meinem Duster zu nahe selbst vergetroffen. Oh, ich hab mich grad das erste Mal mit meinem Duster zu nahe selbst vergetroffen. Ah, ja, okay. Ich versuche, zu bemerken. Huch! Huch! Okay. Weiß ich Bescheid. Okay, da hab ich mich wieder selbst. Okay, ich glaub ich komm da nicht hoch. Dann wäre das vielleicht noch nicht geplant. Schade eigentlich. Ich hab gern gewusst wie es da oben weiter geht. So, schauen wir mal wo wir jetzt hier gelandet sind. Grüß Gott! Oh! So, erstmal einmal heilen. So, wie auch immer das war. Ich hoffe ich find ihn. Und der wird dann ganz schön was auf die Fresse kriegen von mir. Feuer und Staub. Wir haben bereits 10 Wächter an dieses Monster verloren. Es bombardiert uns ohne Unterlass mit grünen Flammen. Es scheint fast, als hätten sie einen eigenen Willen. Aber dann fegte plötzlich ein Windstoß durchs Dorf und die Flammen verschwanden. Das hat die Angriff der Kreatur kurz unterbrochen. Lange genug, dass ich entkommen konnte. Wenn wir uns doch nur die Kraft eines Stumms zu nutzen machen könnten. Hey, Daston, hallo! Das war wahrscheinlich ein Tipp für den nächsten Bossfight. Ah! Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß doch, was gut ist. So. Gut. Sah es hier vorhin schon so aus? Ich glaube schon, oder? Ballas ist verwirrt. Wow! Nicht mit mir, Freundchen. Okay. Wow! So! Levelaufstieg! Yay! So. Ja, komm! So, zack! Angriffskraft! More Power! Das ist auch hier, ne? Mehr Schaden ist, mehr kaputt auch. Huh! Was zur Hölle war das? Ich weiß es nicht. Aber es war verdammt cool. Also, teilweise sehe ich da echt nicht durch, was ich hier eigentlich gerade mache. Okay. Hat sich schon bewegt. Er ist schon tot. Oh mein Gott. So. Ach ja. So. Du kannst mir auch gar nichts. So. Willkommen in Grubenheim. Bei einem Händler. Alter, wo bist du überall? Es ist ja... frech, wo der überall rumhängt. Ihr Transp... Ja. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich bei dir einkaufen durfte. Ich habe nichts gekauft. Ah, hier brennt es schon wieder. Es ist schon wieder immer alles abgefackelt. Ich mag wirklich nicht den Blick dieses Mal. Wir haben es so weit gemacht, Fidget. Bleib bei mir und du bist gut. Was sehen Sie, Ara? Alles? Ein anderes Schaden steht vor dir. Aber... dieser... Ja. Was ist es, Ara? Suche... ...Hatron. Be klar, Dust. Okay. Also, es geht zum nächsten Boss. Habe ich das Gefühl. Okay, da komme ich nicht durch. Wahrscheinlich erst später zum Freischalten. Jetzt ist das das Dorf. Wo ich das Mittel für den Eindruck finden sollte. Was bist du denn? So... Du bist gekommen. Was hast du getan? Du hast all diese innozten Menschen gebeten. Alla es ist, das zu tun ist. Ich bin Moving Zeit. Du bist so schwerer zu erzählen, es cleverer Mensch zu tun. Du bist so schwerer, wenn du mich verdest. Du bist so schwerer. Du bist so schwerer zu erzählen. асchinen apenas 9.5. Das Minus zatter Lauf. Du bist so schwerer. Du bist so schwerer. Du bist so schwerer. Du bist so schwerer. Ich weiß nicht, was dein Name ist. Du bist nicht anders als die Monster, die ich vorher kämpft habe. Und wie sie sind, wirst du auf meine Bläde fallen. Du bist der einzige Monster hier, Puppet. Als ich deine Böden schreien, dein finales Gefühl wird, dass die Fuse war glücklich ist. Jetzt sterbe! Du kannst mir gar nichts! So, das nenn ich mal... Overpowered. Ich mein, ähm... Ein ausgeglichener Kampf. Die Lichter der Elysium schreien auf mich. Aber können sie die Tarkheit in dir erreichen? Wer oder was sind wir? Ich komme zu meinem Ende. Was bist du? In der letzten von einem Todesfrau? Eine once frohe Reise, die von deinen Händen, Meine Händen? Du und deinem Warm-Bloodten Kinn, Wir Moon-Bloodten, wurden ausgestattet. Skattert durch den Wind. Du, und andere wie du. Sie kamen in meine Stadt. Sie töten meine Familie. Ich... 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 Naja, seien wir mal ehrlich, gerade in solchen Schlachten, wer ist da schon auf der richtigen Seite? Ah ja, ok, jetzt kann ich Feuer schießen und die normalen, ah, da kann ich es auch ein bisschen anfangen, alles klar, neue Kampftechniken praktisch, aber wie gesagt, wer kann, wer steht in so einer richtigen, es schlacht schon auf der richtigen Seite und wie kann man das einschätzen, weil ich meine, ne, ist jetzt derjenige gut oder derjenige gut, weil jeder hat so seinen eigenen Standpunkt dabei, denke ich, Von dem her ist es halt schwierig Hey Ugly Selber schuld Au Hey Ihr Oshibals, soll er nicht Ich bin so ein Lieb und, äh, befreie euch hier von eurer Qual So, schauen wir mal Groomheim liegt in Ruinen, aber du hast einen Zettel von einem Mädchen namens Sarahi gefunden, der an Moskau interessiert ist, bring ihm den Zettel im Dorf eurem Bauer zurück Okay, aber hier speichern wir Spiel speichern, ja Ihr dürft mir zugucken beim speichern, da möchte ich speichern, ja So, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterspielen bei Dust Oh, da ist noch ein Schlüssel, ein Illusion Tale Und den Schlüssel in der Meere machen Yay Ach komm, jetzt gucken wir hier mal, was da links ist Ich will hier, ich will hier, also Ich will hier erforschen Oh, ich muss nicht aufs Bett Egal So, Kinder, ich mach Schluss für heute Wir sehen uns beim nächsten Mal Ich geh nochmal zurück zum Speichern Bis dahin Ciao, Leute